malzeit leute sind wir wieder bei subnautica und dieses mal ein ganz cooles gegenstand wie ich denke jedenfalls wir brauchen nämlich ist es denn in die eon batterie nicht nämlich da was zeichnen ein titan darin brauchen wir dafür und so einen Würfel. Dafür gebe ich mal einen meiner vier Würfel her. Wenn das so funktioniert wie es sein soll. Diese Hybride-Technologie ermöglicht die Recycling der Natur-Resource-Komponenten, ohne Rinsen und Sorten sie in Binsen zu erst. Und kriegen das natürlich einfach alles gleich raus. Alles, was wir mal hin und über haben, können wir somit... Ich weiß aber nicht, ob es mit den Atommüllbehältern geht. Wir haben nämlich relativ viel Krimskarms draußen noch, was man hier alles reinwerfen kann. Diese Färbedingung brauche ich nicht mehr. Eigentlich ist das ganz cool. Also Leute, das war jedenfalls der Recycling-Klo-Tron. Also bis zum nächsten Mal.